Und dann teilen. Und gleich durch die ganze Bahn wechseln. Das Hütchen dort in der Mitte ist zäh. Ihr braucht es nicht so weit gehen. Ja, genau. Aneinander vorbei, antraben und eine einfache Schlangenlinie. Bei C paarweise aus der Mitte und bei X schräg auseinander. Bei A große Tour. Eineinhalbmal herum, einmal noch ganz herum. Jetzt dann Tour-Rennen wechseln. Bei C geradeaus. Bei E beziehungsweise B, das ist das erste Hütchen. Bei C.